Wenn der Atem die Hütte danach errichtet hat, und ausgeht, seinen wehenden Himmelsort zu suchen, und der Leib der blutende Weinberg die Fässer der Stille angefüllt hat, die Augen übergegangen sind in das sehende Licht, wenn ein Jedes sich in sein Geheimnis verpflichtet wird, und alles doppelt getan ist, Geburt, alle Jakobsleitern der Todesorgeln hinauf singt, dann zündet ein schönes Wettergeleucht die Zeit an. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020